Ach, zur Limousine, Manny Balte, hallo? Ja, bin ich da bei der mit der Checker-Karre? Was ist denn eine Checker-Karre? Diese Stretch-Limousine. Ah, diese Stretch-Limousine, das hab ich verstanden. Ja, du bist hier bei der Stretch-Limousinen-Vermietung. Na, ich wollt wissen, wie man die baut. Machen die nur in Amerika. In Deutschland gibt es keinen, der das baut. Das ist ja das Auseinanderschneiden, stimmt's? Genau. Ja, und damit sind wir fast fertig. Ihr seid mit was fertig? Mit dem Durchflexen vom Papa sein Auto. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Naja, der Daniel hat das gemacht. Das könnt ihr nicht machen. Der hat eine Flex und wir wollen jetzt nur das Zwischenteil. Da wissen wir nicht, wie wir das dazwischen bauen sollen. Nee, ihr habt mich wirklich ein Auto zersägt. Also ein richtiges Auto. Denn Papa ist ein VW. Oh, Gottes Willen. Jetzt ist doch das Auto schon auseinander in der Mittag. Hat das einer gesehen? Das kannst du nicht machen. Nee, das hat keiner gesehen. Papa ist ja auch noch nicht zu Hause. Da wollten wir auch schon fertig sein. Oh, Gottes Willen. Na, der wird sich ja eher weniger freuen. Ich hab da eine Idee. Warte mal. Daniel? Hast du das Schweißgerät noch? Nein, das ist doch viel zu gefährlich. Wo sind denn eure Mamis? Ach, Mami kann nicht schweißen. Das müssen wir schon machen. Daniel, hast du das Schweißgerät noch? Hallo, Hilfe. Das hab ich schon mal beim Opa gesehen. Oh Gott. Ich schieb das einfach zurück in die Garage, Mann, Daniel. Vielleicht merkt das ja nicht. Deine Haut möchte ich nicht stecken. Du kriegst ganz, ganz doll Ärger. Da ist jetzt Versicherungsschutz. Alles erloschen. Und das Auto ist kaputt. Und keiner kann's reparieren. Und, oh nein. Hilfst du mir beim Papa nachher? Wenn ich das könnte, dann würde ich das grad weg tun. Weil du tust mir jetzt richtig leid. Pass auf, ich sag dir, wo du anrufst. Ja, dann sag mal. Beim Radio? Das ist so gemein. Das ist echt gemein. Schönen Dank auch.